Musik Ja Halli Hallöchen, ich bin euer Lieblingsnoob Konrad und wir spielen heute The Raft und zwar im Multiplayer Modus Diese junge Dame hier, stell dich doch mal vor Hallo meine Damen und Herren Ich bin Stormina Ja, mit wem sollte ich so was anderes machen, so ein schönes Spiel außer mit meinem Storm Hier grüßt dich Für alle, die das Spiel nicht kennen es geht hier drum, dass man auf einem Raft, also auf einem Floß so durch die Welt treibt und dann sich nach und nach so versucht irgendwie zu retten Jetzt sind wir gegen die Insel gebumst, guck mal Und Sharky, der freundliche Hai, ist immer mit am Start Ja, Sharky, der begleitet uns hier permanent und vor dem müssen wir natürlich ein bisschen Acht geben und hier schwimmt lauter so Zeug rum, dafür haben wir so einen Haken und das müssen wir eben erstmal so nach und nach aus dem Wasser fischen um uns dann so Stück für Stück unser Survival Raft quasi zu fertigen Oh, da vorne ist ein anderes Raft, aber wir können das noch nicht steuern, wir können das erst steuern, wenn wir wenn wir Segel und so haben und das dauert wohl noch eine Weile Wie, 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 wie hole ich das ein? Achso, alles klar Ja, einfach auf der lieben Maustaste bleiben Einen Holzspeer wollte ich mir machen, aber da fehlen noch Planken, damit wir uns wehren können gegen Sharky Genau, ähm Der holt nämlich gerade eben schon und die Fässer sind immer ganz Oh, da schnappt ihr mir das Fass weg Guck sie dir an, die Stormina Hä? Also ein ganz schönes Fass vor dir hängen, du Äh Was hast du jetzt gemacht? Äh, Planke habe ich gekriegt, äh, Steine, Planke, Planke Den kann ich was bauen? Wie, wie, wie? Äh, wenn du auf, auf Tab drückst, dann kommt so ein Menü Und das ist eigentlich ganz benutzerfreundlich gestaltet, also auch für uns ganz, äh, in Ordnung Wenn du dann zum Beispiel auf einem Rezept bist, wo du was brauchst Und du könntest das herstellen aus irgendwas, musst du nur auf das Plus drücken und dann, äh Wird das quasi hergestellt Okay Dass du da nicht hundertmal im, im Crafting Menü rumsuchen musst Aber ich brauch Planken Äh, ja Ja, wie macht man denn jetzt hier, wie baut man denn hier Ablage? Eine Ablage? Nee, ich wollte ja eigentlich jetzt hier unser, unser, unser Floß hier mal ein bisschen erweitern Ja, erstmal braucht man einen Speer, weil wenn, wenn wir nichts gegen Sharky tun können, dann wird er unsere Floßerweiterung immer wieder abweißen Speer, Holzspeer Gut, davon hab ich jetzt, ah, da brauchen wir noch drei Seile, also ich hab grad eins So, ich glaub ich kann mir einen Speer machen Drei solche komischen, Gedöns Okay, ich hätte schon mal einen Speer, wenn Sharky wieder Probleme macht Okay Ich hab auch schon ein, ein Werkhammer, dass wir unser Floß erweitern können, ein bisschen Guck, da hab ich schon was hingebaut Das heißt, wir angeln jetzt erstmal, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir nicht verhungern und verdursten, ne? Stimmt Yo Das wird wahrscheinlich das größte Problem werden Wir hätten auch einfach im Vorbeischwimmen auf die Insel springen können und gucken, was da drauf ist Natürlich mit dem Risiko, dass Sharky uns hier, äh, trist Sharky? Das ist ja Shark Attack, ne? Mhm Moment, komm hier hier, brauch ich So, ich guck mich mal im Rafting Menü, äh, im, 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 im Crafting Menü Aber da gibt, da können wir auch ein Paddel machen Da können wir vielleicht die Richtung Angelrute, das wär vielleicht, ich mein, das wär eh mein Ding, ne? Angeln Ja, stimmt Da, da wär auch die, die Nahrungs, äh, die Nahrungssuche erleichtert, ne? Mit einer Angel Ja, 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 angeln und, äh, wir müssen uns dann später auch, ähm, einen Futtertrunk hier erstellen Ja, da kann man alles mögliche machen, man kann sich auch so ein eigenes Gemüsebeet auf dem Raft dann irgendwann bauen Und wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir schaffen, sagen wir mal schnell, äh, unseren Sharky hier zu killen, dann haben wir sogar Haifleisch Da haben wir sogar für ne, für ne größere Zeit erstmal ein bisschen ausgesorgte Futter Echt? Ja, ich hab das schon mal, ich hab das schon mal gesehen, ich hab das schon mal gesehen gehabt Ja, ich hab hier ein bisschen das Let's Play von, äh, Germ Let's Play und Palette angeguckt Aber auch nicht so im Detail Okay, ich hab jetzt zehn Planken, aber ich hab immer noch kein, ah, ich hab eins von drei Seilen, das reicht ja nicht Ja, und du musst aufpassen, der, der Enterhaken ist irgendwann auch nicht mehr der frischeste, ne? Ach, das auch noch Und ich müsste mal was trinken, hab ich was zu trinken überhaupt? Oh oh, der Hai ist Steck mich tot, mach ich mal, mach ich mal eine Weg ist er Jetzt müssen wir die Planke reparieren, guck mal Ah, so können wir Kann ich die reparieren? So können wir Ach, ich hab zu wenig Material zum reparieren, oder? Nee, eigentlich nicht Aber ich kann hier noch eine Planke hinbauen Bauen Da und da Bauen, bauen, bauen Äh, Plastik herstellen Ich guck grad mal wegen trinken, weil ich bin so langsam durstig Die leere Tasse Ich hab mir, Vorsitz, hab mir mal auf den zweiten Haken gemacht, aber Warte mal, Durst, oh, Durst ist auch schon die Hälfte bei mir weg Ja, dazu brauchen wir eine Tasse und einen Reiniger Ach du Scheiße Ja, jetzt mal angeln, was das Zeug hält Kleines Lager Ach, hier ist Fusser Futter, Tasse Eins von vier Behälter hab ich da, also Kunststoffbehälter brauchst du Ja Für Tasse Wir können Materialien auch, äh, untereinander, äh, uns zuwerfen, ne? Echt, das geht? Der Reiniger, der wär vielleicht echt wichtig, damit wir Trinkwasser haben, ne? Ja Da fehlt mir noch ein Kunststoff und fünf Planken Fünf Planken, also ich hab elf Planken Oh, dann schmeiß mal her Wie kann ich dir das geben? Das weiß ich auch nicht Okay Jetzt wird's auch noch dunkel Oh nein Seil Seil kann ich nicht Du hast es echt schon bedenkt Also Ziegelnagel Ich könnte ein Seil herstellen Oh, das Seil brauch ich dich gerade nicht so Planken wären wichtig Ja, Planken, Planken hab ich ja Und eben drauf achten, weil der Enterhaken ist auch nicht ewig haltbar Da müssen wir dann Ich hab mir schon einen zweiten Enterhaken erstellt Ah, okay, ich noch nicht Will erst planken Och komm, da sind so viele Planken Die werden doch mir jetzt nicht durch die Lappen gehen Och, bin ich zu blöd, um den Haken zu werfen Oh, das ist so traurig Oh, ich bin im Wasser gefallen Oh, der frisst dich, der frisst dich Frisst du Komm her, schnell Ich komm nicht hoch Oh, alter Ich hab ein zweiter Kunststoffgedöns eingesammelt Okay Ich brauch immer noch Planken Hier liegen auch genug Planken, ne? Oh, da ist ein Fass Die Fässer sind immer gut Alter, der Mond sieht ja immer mega geil aus Moment, ich guck ihn mir gleich an, wenn ich nicht verdurstet bin Oh ja, der ist schön Oh, huste ich schon so? Ja klar, ich bin schon fast verdurstet Shit Oh, weia Das ist nicht gut Oh, weia Kann schon nicht mehr, warum komm ich nicht mehr ins Crafting-Menü? Da bin ich drin Oh, mir fehlen immer noch zwei Planken Ach komm mal, ich hab da was hingeschmissen Ich hab, ich hab Plastik-Haken hab ich hingeschmissen Nee, das will ich ja nicht Warte mal Äh, das muss ich wieder einsammeln Ich weiß mal Planken Äh, ja warte mal Die Elf Ich muss die aufdrücken Wo ist die Elf? Die Elf? Hast du eine Elf? So kann man die Sachen auch einsammeln Ich glaub, so bin ich erfolgreich auch Auch wenn der Hai da rumschwimmt So, pass auf Reiniger Nee, fehlt mir noch eine Planke Eine Planke fehlt mir Äh, da sind doch welche Bleib stehen, Planke Oh nein Komm zu uns Eine Planke Komm schon Oh, so knapp Ich hab die Planke Oh, ich glaub, ich verdurste bald Ja, ich auch Pass mal auf Reiniger Ich kann einen Reiniger bauen Einen einfachen Reiniger Hier, dieses Ding hier vorne musst du einsammeln Das ist nämlich hier Äh, Kunststoff Damit kannst du nämlich deinen Trinkbecher hinmachen Genau, Trinkbecher braucht man nämlich auch Leere Tasse Vier Kunststoff Och, jetzt wird's aber eng So Äh, Plank platzieren Achso, die braucht man dann noch zum Feuer machen, ne? Ja, ich mach gerade Brauch aber immer noch Oder hast du schon eine Tasse? Hä, hab ich jetzt gerade Oh nein, ich hab das gerade reingenommen Wo ist das hin? Ja, mein Inventar, wie kriegt das jetzt wieder raus? Ja, einfach hinstellen Achso, okay So Okay Planke platzieren Ja, mit E Ja, mach mal So, ich hab jetzt Drei Planken sind drauf Und nun? Ich brauch immer noch Kunststoff Wir brauchen, äh, eine Tasse Damit wir Wasser aus dem Aus, äh Aus dem Wasser holen Da, hier, nimm das mal Kunststoff Aufnahme Nimm dir Äh, wo? Na hier Ah Kunststoff Kunststoff Aufnehmen Leere Tasse herstellen Kann mit Wasser gefüllt werden Oh, der Hai Vielleicht gibt die Vielleicht gibt die auch ein bisschen Feuchtigkeit Nee Nur ganz wenig Nahrung gibt die Boah, wie lange brauchen das, bis das hier Bereinigt ist Ah, jetzt, okay Ich hab's Schnell, mach dir Wasser rein Okay, wie mach ich das? Hast du eine Tasse? Nee Musst du dir auch noch eine machen? Ich füll mal hier schon mal auf Dann kann das schon mal Und du guckst, dass du Kunststoff kriegst Dass du dir eine Tasse Deine Tasse Ich hab ja zwei Seile Ich brauch jetzt noch Oh, jetzt brauch ich noch acht Kunststoff Ja, die hatte ich dir ja gegeben Oh, das tut mir leid Das macht nix Jetzt verdurst ich bestimmt Jetzt ist mir Kunststoff Oh nein Oder ich schmeiß dir die Tasse schnell hin Warte mal Geht das? Wie hast du die geschmissen? Äh Das ist die Frage Ich hab die irgendwie im Menü ausgewählt Und dann irgendwie Kuh Kuh ist immer schmeißen Wie bei Minecraft Ah Da liegt die Tasse Nimm die mal Ah Dann kannst du mal trinken Das müsste fertig sein eigentlich Planken platzieren Oben aus dem Becher Das Wasser rausholen Mit der Tasse Müsste eigentlich gehen Warte Äh So Und mit E Und mit Tap trinken Ne, linke Maustaste trinken Ah Und dann am besten gleich wieder Salzwasser reinschmeißen Damit das gleich wieder Zu Trinkwasser wird Machen wir zumindest unsere Äh Wie trinke ich jetzt? Wie, wie trinkst du jetzt? Hast du noch nicht getrunken? Ne Wenn du Süßwasser in der Tasse hast Hast du drin? Ich hab da hier was reingekrippt Hier In die Tasse? Ja Und da müsstest du jetzt ja was in der Tasse haben Mit Salzwasser füllen So, trink mit Äh, Flüssigkeit entfüllen Äh Mit der Tasse raus holen oben Und dann kannst du es trinken mit der linken Maustaste Also damit eh glaube ich auch ist dann mit Sobald das hier fertig ist Okay Entfernen Boah, ich muss mir einen neuen Haken machen Trinken 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 Kunststoff brauche ich da noch Bleibe fort Hä? Wie? Oh, ich hab ne Karte gefunden und der Hai frisst mich Lege Maustaste steht jetzt trinken Ja Ja Ja, aber wenn ich das jedes Mal Warte mal, was steht da? Oh, das war so viel Oh Bitte rette mich Wo bist du denn? Du, äh, du bist tot Ja Wieso bist du mit deinem Wasser? Konrad Du schlüpfst nicht weg und ich bin auch tot Bewegungsunfähig Warte auf Rettung Aufgeben Wiederbeleben Wiederbeleben Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020